Diese Lieferung soll dem krisengebeutelten Libanon helfen. Mehrere Tanklastwagen passierten die syrisch-libanesische Grenze am Donnerstag. Sie waren mit Erdöl aus dem Iran beladen. Die Hisbollah-Miliz hatte die Lieferung mit organisiert. Der Iran gilt als enger Verbündeter. Die USA dürften die Lieferung als Affront werten, verstößt jedoch gegen die Sanktionen gegen Teheran.